So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal, Rams ist der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist soweit, der November-Kalender wurde irgendwann am Donnerstagabend rausgehauen. Ich war so dreist und habe am Freitag trotzdem erst noch meine Halloween-Ausbeute Teil 2 gemacht, so dass wir jetzt den alten Gulasch herholen, den schon jeder kennt, den niemand mehr braucht. Ich aber trotzdem mit euch durchgehen möchte, vor allem habe ich es immer noch nicht auf Deutsch. Deutsch, ich muss mich wieder auf das Englische berufen und das wird wieder ein Fest, ein Graus und alles gleichzeitig. Wundert euch nicht, wieso bin ich so klein, ich hätte mich doch bis ran an die Kante da machen können, aber kann ich nicht, weil die Übersicht hier ist so komisch, wir haben es als Einzelgrafiken, aber auch auf Englisch und damit geht es jetzt weiter. So, was erwartet uns denn im November in Pokémon Go? Ich muss sagen, der Oktober war richtig brutal, ich kam kaum hinterher, immerzu irgendwas anderes angekündigt, irgendwas anderes stand da, dann die Giga-Dynamax-Dinger, auch noch die Einführung generell von den Dynamax-Raids, die mir richtig Spaß machen. Was passiert im November? Und im November, nachdem das gestrige Video mir extrem Kopfzerbrechen und Kopfschmerzen bereitet hat, muss ich sagen, im November, ich bin schon wieder verwirrt. Nennt mich Schena, ja, aber ich bin verwirrt. Also, Featured-Pokémon, Rigi-Eleki, Rigi-Drago, Dynamax-Drillbur, also das ist Rotomurf, okay, bin ich noch dabei, gibt es also in Dynamax-Raids dann auch, warum nicht, was Neues, kann auch shiny sein und wir haben Bodenangreifer, also finde ich auf jeden Fall gut. Rigi-Eleki, Rigi-Drago waren ja nur einmal bisher da, werden die vielleicht shiny? Nein, dann hätten sie es hier schon gezeigt. Die kommen einfach zurück, gab es bisher ja nur in Top-Raids, Elite-Raids, vor Ort-Raids, jetzt vielleicht normal im Fünfer mit einladen, mit Raids für Zuschauer, mit dem ganzen Zeug. Wäre auf jeden Fall interessant für die meisten Leute. Gehen wir aber mal weiter, der Reihe nach wirklich, mit was fängt es denn an? Am 4. November ist der erste Raid-Boss-Wechsel. Heißt das jetzt? Ach nee, warte, Darkrai kommt. Jetzt ist gerade Giratina noch drin, Abwohner kommen Darkrai und Darkrai ist dann bis zum 4. November drin. Dann geht es weiter mit Lugia. Lugia vom 4. bis zum 18. November, das ist ausreichend Zeit. Ich glaube, ich habe auch einen 100er Lugia auf dem Mabanero-Account, da können die noch ein paar Bonbons und XL sammeln. Das ist cool. Das verwirrt mich jetzt wieder. Aber das sind wir noch nicht. Da ist ein Shiny-Symbol dran. Ja, das kann Shiny sein. Wenn man unten drunter guckt, steht hier auch Featured Attack Aeroblast. Also, Trainer-Battles. Wo hat denn jemand was geschrieben mit einer Chance? Das ist, ach so, das steht da unten. Dialga, Dings. Ach, es geht nicht um Lugia bei Dialga-Palkia. Das haben sich nämlich welche beschwert, dass man nur die Chance hat auf die besondere Attacke und dass sie nicht garantiert ist. Aber da ging es um Dialga-Palkia, nicht um Lugia. Also, Lugia kommt und hat Aeroblast dabei. Kann Shiny sein. Ich mache Bonbons. Dann habt ihr vom 18. November bis zum 27. November die Dialga und Palkia in ihren Urformen. Habe ich beide, glaube ich, auch als 100er jetzt. Und würde auch XL-Bonbons sammeln. Warum ist das Shiny-Symbol aber nicht normal, sondern blau? Heißt das, die sind das erste Mal als Shiny da? Stimmt das? Ich dachte, die konnten... Konnten die nicht schon Shiny sein beim Fest? Jetzt muss ich unten gucken, was da steht. Wild-Dings-Effekt-Moves. Achso, vielleicht... Das macht aber auch keinen Sinn. Da ist das dran, weil das heißen soll, dass das einen speziellen Move haben kann. Während andere die Chance auf Shiny haben, haben die die Chance auf ihren besonderen Move, auf, dass du dann eben diesen Zeitenlärm, diesen Zeiteffekt und den Raumschlag hast, dass du da die Reichweite erweitern kannst oder eben, dass du die Zeit verdrehen kannst. Wieso machen die das aber über Shiny-Symbole? Normalerweise war das blaue Symbol doch immer dafür, dass das neu als Shiny eingeführt wird. Ich dachte aber, zu der Go-Tour gab es die sowieso schon als Shiny. Also sind es keine neuen Shinies. Wenn das jetzt für die Attacken steht, dass die die besonderen Attacken möglich haben können, dann hätte ich da ein Schwertsymbol oder sowas hingemacht für einen Angriff, eine Attacke oder eine Faust, aber doch nicht dieses Shiny-Symbol. Naja, egal. Das ist auf jeden Fall interessant. Bisher Bonbon sammeln, Bonbon sammeln, Bonbon sammeln. 27. November bis 3. Dezember sind vier Bosse in den Raids. Sakyan und Samazenta, die jetzt erst da waren, kommen direkt schon wieder zurück, können wieder Shiny sein, sind vielleicht dann aber nicht so interessant, weil die erst da waren und man würde sich eher auf Rigi Illiki und Rigi Drago konzentrieren, die aber dann nicht Shiny sein können. Aber von denen fehlt bestimmt manchen noch der Pogodex-Eintrag. Wie man dann Raids für Zuschauer machen will, weiß ich nicht. Erstens ist das nur ein sehr geringer Zeitraum, wie die da sind. Wären die jetzt zwei Wochen da gewesen? Die sind okay, aber die sind ja nicht mal eine Woche da und dann gleich vier mit einmal und Lugia so lange. Das ist wieder sehr komisch aufgezeigt. Rigi Illiki, Rigi Drago bleiben dadurch aber trotzdem noch was Besonderes und werden dann ja sowieso als Shinies irgendwann nochmal zurückgeholt. Unter denen wird wahrscheinlich dann auch das Kanal-Maskottchen von November ausgemacht. Ich denke mal, ich werde Rigi Illiki, Rigi Drago und die zwei Urformen von Diaga Palkia nehmen, weil Rest ist alles jetzt erst gewesen. Also unter den vier wird das bestimmt ausgemacht. Da müsst ihr aber die Umfrage abwarten. Ist auf jeden Fall sehr abwechslungsreich, erfrischend. Warum nicht? Nimmt man so mit. Was tut sich bei den Mega Raids? Während Luke ja da ist, ist auch Mega Manectric da. Also Voltenzo vom vierten bis zum elften. Habe ich glaube ich Stufe drei. Brauche ich eigentlich nicht. Na löstes habe ich leider auch nicht, was ich noch hochziehen kann. Ist als Elektroangreifer oder zum Boosten vom Elektrotyp aber ganz chillig. Dann haben wir Mega Salamens vom elften bis zum achtzehnten. Das Mega Bruder Landa ist auf jeden Fall mega stark. Da würde ich Raiden an eurer Stelle. Da würde ich immer Energie sammeln. Ich muss mal gucken, habe ich das schon mega entwickelt? Habe ich das noch nicht? Ich habe letztens glaube ich ein hunderter Kindwurm durch Erlösung gekriegt. Das will ich auf jeden Fall zu einem Mega machen. Müsste also glaube ich nochmal Energie sammeln. Dann kommt vom achtzehnten bis siebenundzwanzigsten. Ach in dem Zeitraum jetzt. In dem Zeitraum sind auch zwei gleichzeitig da. Nämlich Mega Beedrill und Mega Ampharos. Also hier Mega Bebor und Mega Ampharos. Sind beide gelb, sehen beide cool aus. Haben noch schwarze Dinger dran. Ich glaube Mega Bebor habe ich noch nicht mal. Oder habe ich doch? Ich weiß es nicht. Mega Ampharos müsste ich fertig sein. Mega Bebor meistens halt zum Boosten. Ja Ampharos auch zum Angreifen. Obwohl Mega Bebor, wenn ich auch Giftattacken kann, kann auch was machen. Ich glaube gegen Mewtwo war der trotzdem auch immer ganz interessant. Und dann Mega Altaria vom 27. November bis 3. Dezember. Gerade da, wenn die vier heftigen Raid-Bosse da sind, ist nur ein Mega Raid da. Ja, das ist okay, das ist okay. Mega Altaria, ja, Drache, Flug, sonst was? Was hat der für Sachen? Habe ich glaube ich auch noch nicht. Bei mir jetzt auf dem Havanero muss ich glaube ich auch noch was mitnehmen zum Entwickeln. Im November wird es wieder Krypto Suikun oder Shadow Suikun Rates geben an den Wochenenden. Mach ich nichts, mach ich nichts. Sinn vor Ort Raids ist mir, nein, bitte, danke, tschüss. Shadow Raids mit Legendären, da kräuselt sich bei mir alles hoch. Wir haben aber jetzt noch mehr Raids, was dazukommt durch die Dynamax-Sachen. Im November, vom 1. November bis 3. Dezember kommt sowieso Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Grookie, Skorp, Bunny und Sobbel. Also die ganzen Galastarder und Kandustarder sind alle sechs da. Was aber schade ist, ich habe mich jetzt gefreut, dass Nebulak kommt und dachte, ich kann jetzt bis zur Vergasung Nebulak machen. Aber, das ist dann wieder weg und ihr habt nur die Starter. Jetzt würde man ja sagen, okay, wozu wollt ihr die Galastarder machen, wenn ihr die Kandustarder habt, die ja auch ihre Giga-Dynamax-Form noch haben, die sowieso auch shiny sein können, können die Galastarder ja nicht. Aber ich bin jetzt in Vorbereitung auf die Giga-Dynamax, habe ich meine drei besten Bisa-Sah, meine drei besten Glumanda, meine drei besten Shigi alle entwickelt. Döner-Attacke Nummer 2 gepackt und die auf Level 40 gezogen. Dann wäre es kacke, wenn ich jetzt nochmal genau die drei raide und dann vielleicht noch ein besseres bekomme und dann denke, jetzt muss ich das aber pushen und das aufwerten. Weil der Unterschied ist dann trotzdem nicht so groß. Aber mit den anderen machst du eigentlich auch nichts. Weil wenn du schon ein Pflanzen, Feuer und Wasser-Pokémon hast, dann brauchst du ja nicht nochmal Pflanze, Feuer und Wasser. Also das finde ich schade, dass da nicht wenigstens ein was Neues drin ist, wo man drauf gehen kann. Außer an den Max Mondays, weil da kommt ja jeden Montag in einer Raid-Stunde, jeden Montag 18 bis 19 Uhr in einer Raid-Stunde ein bestimmtes Pokémon vermehrt. Da habt ihr eben dann am 11. November das Charmanda, also das Glumanda. Am 18. habt ihr dann Rotomurf. Da muss ich dabei sein. Ich brauche sowieso erstmal drei Stück. Und dann würde ich halt gucken, dass ich, ja weiß ich nicht, werde wahrscheinlich vom Vortag die Energie mitnehmen, dass ich an dem Tag wirklich drei, sechs, sechs oder acht Rotomurf-Dynamax-Rates mache in der Stunde, um da zu gucken, was ist das Beste dann davon. Und am 25. November dann natürlich noch Bulbasaur, also Bisasam. Also, das ist jetzt leider ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Da habe ich mich gefreut, als wir Tarnel als Dreier hatten und konnten uns auf den stürzen. Ich habe mich gefreut, auch Legios als Herausforderung, sich da drauf zu stürzen. Jetzt überhäufen sie dich mit den Giga-Dynamax-Rates. Und im November ist da einfach nichts. Nur das Gleiche, was jetzt war, wo du jetzt vorher alles raushaust, weil du Stress hast und denkst, aber ich weiß es nicht. Daraus ergeben sich Raid-Stunden und da ist jetzt die große Verwirrung da. Lugia ist ja zwei Wochen da, also kriegt er natürlich am 6. November und 13. November eine Raid-Stunde. Warum ist am 19. November auf einmal eine Raid-Stunde mit Nihilego, also Anego. Und am 20. mit Dabu Koko, also Kaburiki. Das eine ist eine Ultra-Bestie, das andere ist ein Schutzpatron. Und dann gibt es ja vier verschiedene, wie so ausgerechnet der. Ist bestimmt wieder ein Event geknüpft, das fällt aber außerhalb der Reihe. Also, nee, 19.20 und dann am 21. eine Raid-Stunde mit Dialga und am 22. mit Palkia. Was sind das für Wochentage? Ist einer davon Mittwoch oder wie? Auf jeden Fall geht es gemütlich, dann beide am 27. Der 27. ist bestimmt wieder ein Mittwoch. Ja, der 27. ist ein Mittwoch und da habt ihr dann einfach Rigi Drago, Rigi Illiki, Samasenda und Sackjan alle zusammen in einer Raid. Das ist absolute Chaos, da bin ich nicht dabei. So, und der Mittwoch, wo normalerweise Raid-Stunde wäre, wäre nämlich Tabu Koko, also Kaburiki. Kaburiki ist am 20. das ist ein Mittwoch. Aber ihr habt in der Woche am 19. also am Dienstag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag eine Raid-Stunde. Das ist auf jeden Fall interessant. Aber okay, eine Raid-Stunde mit Nihilego, wenn man sagt, das was gerade da ist, das brauche ich nicht. Was ist gerade da? Ich habe es schon wieder vergessen. Immer noch Lugia, vielleicht. Da nochmal ein Anego mitnehmen, kann man machen. Swing buy the In-Game Shop to get November's Monthly Ticket. Das gibt es natürlich auch wieder. Komische Sachen, die ihr kaufen könnt oder müsst. Vielleicht hier dieses Coin-Ticket. Und dann haben wir natürlich noch die Spotlight-Hours und Events. Die Spotlight-Hours. Immer Dienstag, 18 bis 19 Uhr angefangen. Am 5. November mit Surskid. Nicht Surströming, aber Surskid. Also Gehweiher. Ist das, hoffe ich. Zweimal Verschickt Bonbons. Am 12. November haben wir Small Leaf. Also Ullini. Zweimal Entwicklungs-EP. Am 19. November hatte die Ursa mit zweimal Fang-EP. Am 19. habt ihr aber auch noch zusätzlich... Kombi. Also Badribie. Mit zweimal Fang-EP. Also da könnt ihr, egal was ihr fangt, ihr habt Fang-EP. Und vielleicht habt ihr noch ein weibliches dann, was ihr entwickeln könnt, falls ihr das noch nicht habt. Am 26. November Jolldick. Mit zweimal Fang-EP. Was habe ich denn vorher gesagt? Ich hatte, hä? Teddy, Ursa und Kombi haben natürlich Staub. Habe ich EP gesagt, weil wir vorher EP hatten. Ihr könnt ja lesen, nicht so wie ich. Und deswegen seht ihr, wir haben Verschickt Bonbons. Wir haben Entwicklungs-EP. Wir haben Fang-Staub. Fang-Staub. Und wir haben Fang-EP. Und dann habt ihr die ganzen Stunden schon weg. Was ich am coolsten finde, ist wahrscheinlich Jolldick. Weil die ist klein und süß. War Zapf, die Spinne, die jetzt sowohl Tulla macht. Und die als shiny diese Limettenfarbe hat und richtig cool aussieht. Events. 2. bis 3. November ist ein Go-Battle-Weekend. Da gibt es hoffentlich wieder eine Forschung, wo man eine Top-Lade-TM kriegt. 7. bis 12. November ist das Harvest-Festival. Also das Erntefest. Da muss noch ein Infovideo kommen. Das ist ja schon angekündigt. Am 10. November ist der Community-Day. Da habe ich schon ein Infovideo. Ich muss nur dazu kommen, das mal zu veröffentlichen, wenn gerade nichts anderes ist. Das ist Manky. Das wissen wir schon. Von 15. bis 17. November. Simply Groundbreaking. Das bricht dir den Boden unter den Füßen weg. Okay. 18. bis 22. November. Into the Wild. Da geht es wieder um die Gina Wild Arena wahrscheinlich. Weil 23. bis 24. ist ja die Pokémon Go Wild Area Global. Da sind wir in Gera beim Thomas. Und vom 27. November bis 1. Dezember ist das Max-Out-Finale. Also da wird eure Vorhaut das finale Ausmaß erreichen. Und dann würde ich sagen, war es das wahrscheinlich von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Seid ihr jetzt schlauer geworden? Habt ihr die News jetzt auf dem Schirm? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Euer Ramses.